Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Ihr kennt doch bestimmt Big Fish Games, diese Firma, die ich sage, ein neues Spiel jeden Tag. Ich habe vor, demnächst mal bei denen ein paar Spiele zu anzutesten, Emma, jeden Tag, oder naja, jeden Tag nicht. Auf jeden Fall gelegentlich, hin und wieder mal, wenn mir eins gut gefällt. Also so eine Stunde lang dann Videos zu machen und dann schauen, wie es mir gefällt oder eben nicht. Und das wird dann halt schönen Videos kommen. Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich eine komplette Stunde machen werde, wie man halt zocken darf, ohne was zu bezahlen oder zum testen. Auf jeden Fall werde ich da mal ein paar machen demnächst. Könnt ihr euch also schon mal drauf freuen oder einstellen. Dann, was wollt ihr noch sagen? Hm, ja, ich könnte, ich glaube, ich werde mir demnächst so ein kleines Haus bauen. Für ein Minecraft, von dem ich dann immer die ganzen Ankündigungen mache, wo ich jetzt gerade dabei bin zu bauen. Auf jeden Fall werde ich da, äh, ja. Ähm, was würd ich sagen? Ähm, gelbes Schaf. Gelbes Schaf. Genau, das wollt ich sagen. Haha, ähm, ja, ähm, Let's Plays. Let's Play WoW kommt dann, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr allein mache, weniger mit Dodo. Im Moment mache ich das meiste Zeug ja mit Dodo, wenn wir das Let's Play Together aufnehmen. Da bleibt immer so wenig Zeit fürs normale WoW. Weil, ähm, wenn ich da schon zwei Stunden am Tag beschäftigt bin, also drei Stunden zum Aufnehmen beschäftigt bin, dann dauert das ein bisschen. Und, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall schauen, dass ich das irgendwann mal wieder aufnehmen kann. Aber muss man halt schauen, wann es soweit ist. Voraussichtlich wird es noch ein bisschen dauern. Ähm, und, ja, nur weil es gab halt schon einige Nachfragen deswegen. Und ich hätte halt dann Lust, ähm, die, oder da will ich halt, das will ich halt nochmal mal gesagt haben. Auf jeden Fall, nachdem wir demnächst, äh, ja, und demnächst dürften auch wieder regelmäßiger Videos kommen. Ich habe dann vor, wirklich die Dawn of Wars jeden Tag eine Mission hinzukriegen. Das wird wieder Zeit. Dann wird es wieder Zeit, ähm, für ein bisschen, ähm, andere Spiele. Ich werde demnächst mal einen Upload-Tag machen, wo ich die ganzen Videos, die ich noch übrig habe, also die ich noch, ähm, gerendert habe auf meinem Computer, immer alle hochladen. Das wird jeder, das ist riesige, ein bisschen recht ordentliche Mengen an Material, aber ich denke, das wird recht lustig. Auf jeden Fall nur da, da wird es dann ein klein bisschen dauern, bis da wieder Parts kommen. Sobald ich das gemacht habe, weil, ähm, wenn ich da, oder bis, ja, dann wird es ein bisschen dauern, bis ich was Neues mache. Einfach, weil, ähm, wegen Dings, Zeitmangel, ähm, ja, weil das kostet halt sehr eine Zeit, die ganzen Sachen hochzuladen und zu bearbeiten und was weiß ich. Und wenn ich dann schon einen Riesenschwung hochgeladen habe, dann bleibt das auch so. Bei Let's Play Together World of Warcraft wird wahrscheinlich trotzdem jeden Tag, werden jeden Tag zwei Parts kommen. Ich habe das jetzt so vor, dass, ähm, ich, äh, oder da werde ich die Sachen nicht mehr hochladen und dann jeden Tag zwei neue freigeben. Das heißt, nicht wundern, wenn aus irgendeinem, also, das heißt, ich selbst sehe sämtliche Parts. Das heißt, wenn jemand, wenn man nicht die neuen Parts sofort unten, äh, so bei Abos sieht, wenn man ein Abo gemacht hat, nicht wundern. Das liegt daran, dass ich das, ähm, gedingst hab, äh, dass ich die freigegeben hab, nur, und nicht, äh, neu hochgeladen. Und, ja, das wird, das wird's vorerst sein, denke, oder es wird's vor, es ist vorerst gewesen. Ah, ja, und was demnächst auch noch garantiert kommen wird, ist ein Let's Play von Fable 2, äh, nein, Fable Lost Chapters. Wenn ich es hinkriege, das so zum Laufen zu kriegen, dass ich anständige Framerate hab, was ich im Moment leider nicht hinkriege. Es kann sein, dass die deshalb, äh, ansonsten wird halt erst mal ein Speedrun kommen von mir, wie ich denke, dass ein Speedrun aussehen könnte. Auf jeden Fall, oder, da werde ich halt dann wirklich einfach nur durchrasen, und dann werde ich ein Let's Play davon auch noch machen. Und ich denke, das wird recht lustig. Und, ja, ähm, das dürft's dann auch, äh, hab ich noch jetzt noch? Irgendwas vergessen? Irgendwas hab ich doch bestimmt noch vergessen. Demnächst kommen wir noch ein paar mehr, äh, Mod-Videos von Minecraft. Ich hab jetzt doch entschieden, noch ein paar zu zeigen. Zum Beispiel Milnear-Update, also zum Beispiel Milnear, falls man hier so sieht, wo schon einiges sich entwickelt hat. Das wäre aber, wo, da komm ich drauf zu sprechen, sobald's soweit ist. Auf jeden Fall, ähm, ja, demnächst kommen ein paar Mod-Videos. Und bei mir nicht wundern, wenn's irgendwie, wenn die, äh, Dings, die kommen, ein bisschen konfus sind, die Videos. Mal irgendwas von einem Spiel, wo man noch gar nichts gesehen hat, dann von einer anderen wieder gar nichts eine Zeit lang. Das ist halt so, wie ich gerade Lust hab. Lp ist das, was ich, was ich gerade Bock hab zu zocken, und dann mach ich das auch. Und ja, und wenn ich, wenn doch mal eine Zeit lang keine Videos kommen, aus welchem Grund auch immer, nicht wundern, dann halt, dann ist's wahrscheinlich schulisch bedingt, dass ziemlich viel Stress ist oder sowas. Auf jeden Fall, ähm, wollte ich das einmal alles gesagt haben. Und demnächst, ja, ich hab, und vor allem, wichtig ist mir, wenn ihr irgendwelche Spiele habt, die ihr Let's Played haben wollt, das schreibt mir, dann kann ich mal schauen, ob man die, ob ich die Let's Playen kann. Es kann sein, dass ich, ähm, die meisten, ich, ich sag ja, es sind sämtliche Spiele Let's Playbar. Egal, wie schwer oder leicht die sind, oder ob man da jetzt was Sinnvolles macht oder nicht. Und, äh, das werde ich dann natürlich machen, versuchen. Wenn ihr wollt, dass ich auf jeden Fall ein Spiel, ähm, weil ich muss halt die ganzen Spiele kaufen, wenn's ist. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich ein Spiel auf jeden Fall Let's Played, dann schickt mir einen Code. Dann, äh, dann mach ich das auf jeden Fall, und zwar dann mehr oder weniger in einem Zug. Durch, ansonsten werde ich natürlich weiter so machen, wie ich's im Moment mach. Und damit sag ich dann auch, ähm, bis zum nächsten Mal. Und da sind Minecraft Videos natürlich wieder in Full HD, wie immer. Ähm, in dem Fall nur bei den Ankündigungsvideos nicht, weil ich dazu einfach die Framerate gern hätte. Und das für mich einfach zumindest zum Rendern. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn's entweder bei Ankündigung oder bei Let's Play ist. Und dann sag ich, ciao Leute!